Was testet ihr denn jetzt hier? Ja, wir testen, bei welcher Gipfel oder Temperatur Eiweiß denatisiert. Ja, dann macht das mal. Und das ist frisches Eiklar von frischen Bio-Helma, ne? War das flüssig oder... Das war flüssig. Und das ist immer noch flüssig? Noch. Wie viel Grad Celsius hat das Wasser zur Zeit? 80. Oh, und jetzt schaut mal, kann man schon was sehen? Also es wird langsam weißer. Oh, nee. Jawohl. Doch, es ist es jedenfalls. Ändert sich der Aggregatzustand? Kann man was erkennen? Es wird so langsam fest. Jetzt muss ich noch mal hauen, jetzt bin ich auch noch. Wunderbar. Und es sieht so aus, als würde es... Ist egal, wer Blütenhörer drin ist. Ja, wunderbar. Jetzt ist es fast komplett nimmer raus. Welchen Effekt haben wir jetzt also wahrscheinlich hier nachgewiesen? Das ist bei 80 Grad ungefähr denaturiert. Ja. Und das in weniger als einer Minute. Sehr gut. Dankeschön. Danke.